Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Noble Horse Champion. Ja, bislang ist das Projekt eigentlich wirklich gut bei euch angekommen. Momentan zeige ich es einfach deswegen auch relativ viel und häufig, weil es jetzt eben gerade auch neu ist und ich einfach selber sehr viel austesten möchte, so viel es eben schon geht. Und ich habe einige Informationen für euch, denn ich habe mich ein bisschen mit der Hauptentwicklerin, sage ich jetzt mal, mit der Schöpferin von Noble Horse Champion unterhalten, die das Ganze eben in einer Bachelorarbeit aufgezogen hat vor zwei Jahren. Denn ich habe ja selber jede Menge Fragen. Ich habe ja auch in den letzten Folgen schon gesagt, das weiß ich noch nicht, das muss ich mal noch schauen und so weiter und so fort. Und da kann ich euch das ein oder andere auf jeden Fall schon erzählen, was zum Beispiel bald schon reinkommen soll, nämlich noch diesen Monat, wenn alles gut geht. Ich sage bewusst, wenn alles gut geht, weil ich weiß selber, dass mega viel schief gehen kann, immer wenn man irgendwie sich was vornimmt, ist, dass die Zucht reinkommen soll. Wie gesagt, das ist noch für diesen Monat, noch für Juni geplant. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da wird man dann auch die Werte besser züchten können als momentan. Das sind ja jetzt gerade alles noch vom System generierte Pferde, die noch keine mega guten Werte haben. So, ich gehe erst mal zu den Pferden wieder. Ich habe die noch nicht versorgt, ich muss sie dringend putzen. Das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, die letzten Tage, oder den letzten Tag, wo ich nicht aufgenommen habe, weil ich euch da gerne beihaben wollte, nochmal. Die Werte werden sich dann besser züchten lassen, weil momentan sind das ja alles noch so Standardwerte. Die sind halt alle noch nicht so mega gut. Ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen reinzoomen. So, jetzt habt ihr das Bild ein bisschen größer. Aber die sind halt alle noch nicht so mega gut. Und das wird sich dann auch noch verbessern demnächst und ändern. Denn natürlich kann man, wenn man gute Pferde miteinander verpaart mit guten Genen, kann man die Fohlen dann auch nochmal ein Stückchen besser züchten. Was jetzt hier in dem Spiel nicht ganz so mega detailliert und ins Detail gehend, das ist dasselbe, geplant ist, ist die Vererbung der Gene, der Farbzucht. Ich nehme jetzt einfach mal Horse Reality oft als Beispiel, weil das einfach das einzige Browser-Game, das einzige Pferde-Browser-Game ist, was ich wirklich länger gespielt habe. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Cash blaue Augen hat. Ganz hübscher ist er. Wenn ich übrigens schon weit, weit, weit trainiert habe. Übrigens für jeden Punkt, für jeden Attributspunkt oder für jeden Trainingspunkt, den ihr in eurem Pferd setzt, bekommt ihr auch einen Erfahrungspunkt für euch. Das ist nicht so mega detailliert geplant, nicht so kompliziert. Allerdings muss man auch sagen, sehr realistisch ist es ja. Das ist hier so nicht geplant. Es ist hier geplant, dass man, yay, Ausbildung, Grundausbildung abgeschlossen. Es ist hier geplant, dass es wirklich von der Farbe her nach dem Stammbaum geht. Was da eben besonders häufig drin vorkommt, da ist eben auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Farben vererbt werden. Kommt mir ein bisschen entgegen, weil ich ja nie so mega krass mich damit beschäftigt habe, mit den Genen und ich auch in Horse Reality eher danach gezüchtet habe, dass ich gesagt habe, oh, das Pferd ist aber hübsch, gucken wir mal, ob das was wird. Da habe ich eigentlich tatsächlich nur bei den Welsh Ponys, bei Sabino und Rabicano wirklich extrem drauf geachtet, was ich da für Gene miteinander verpaare. Deswegen kommt das hier für mich wirklich so ein bisschen mir entgegen, dass man wirklich einfach mehr auf den Stammbaum achten wird und achten sollte als auf irgendwelche Genzusammenstellungen, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, kommt mir persönlich sehr entgegen. Das heißt, dass wenn hier der Stammbaum ist, wo jetzt hier momentan überall noch unbekannt steht, das ist dann einfach interessant, das geht hier zurück bis zu den Urgroßeltern quasi. Ne, Ururgroßeltern, das sind ja die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Bis dahin geht der Stammbaum zurück. Der ist dafür sehr, sehr detailliert und geht weiter zurück als der Stammbaum jetzt zum Beispiel bei Horse Reality. Und, guck mal, jetzt sind wir hier auch schon fertig. Jetzt können wir noch neun Punkte in der Dressur setzen bei Fallballer. Danach wird sich das dann einfach so ein bisschen richten. Ich trainiere jetzt einfach mal hier die Kurzkehrtwendung aus, weil dafür reichen noch genau unsere Punkte, dass wir es ausgeskillt haben. Und, ja, soviel zur Zucht. Zu den Boxen habe ich schon erfahren, es soll jetzt nicht so ein Boxenlimit geben, dass es heißt, hey, ab 200 Boxen ist Schluss. Es wird wohl kein Boxenlimit geben, beziehungsweise es gibt schon in gewisser Weise ein Boxenlimit. Das ist aber immer ans Spielerlevel geknüpft und erhöht sich mit dem steigenden Spielerlevel, was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Und apropos Boxen, wisst ihr, was cool ist? Die Pferde werden später auch Weidegang bekommen und wenn man sie auf die Weide schickt, dann wird es wohl auch sichtbar werden. Das finde ich auch ne sehr, sehr coole Sache. Mit den Skills wollte ich noch was ansprechen. Auf Turniere und sowas, das wird noch ein bisschen dauern, deswegen wollte ich da mal noch in einer anderen Folge drauf eingehen. Ich wollte jetzt nicht alles einfach am Anfang schon raushauen. Die Skills, das hatte ich ja letzte Folge schon mal so ein bisschen angesprochen, dass man das eben prozentual sehen muss, dass in der Dressur deswegen so mega viele Punkte vergeben werden können, weil es eben auch so mega viele, nämlich 26 unterschiedliche Fähigkeiten der Pferde gibt. Und beim Springen jetzt nur so wenige. Es ist angedacht, dass hier hinten die Zahl, dass da das Maximum an skillbaren Punkten bei 100 liegt. Das heißt, ihr seht, wie schlecht die Pferde einfach momentan noch sind. Was aber nicht schlimm ist. Was aber nicht schlimm ist, weil dann hat man ja erstmal so eine Aufgabe, ne? Man hat dann ja eine Aufgabe und eine Sache, auf die man hinarbeiten kann. Und deswegen finde ich das eigentlich sogar sehr gut, dass das so gemacht ist und dass man einfach momentan nicht sofort so mega gute Pferde bekommen kann. Das finde ich klasse. Und was ich euch auch noch als Information mit auf den Weg geben wollte, ist, dass die Holsteiner und die Tinker nochmal überarbeitet werden. Das Feedback der Hannoveraner war überwältigend beim Team. Ich habe es auch persönlich nochmal gelesen, so ein bisschen in Kommentaren auch bei anderen Videos oder über Instagram. Den meisten hat wohl wirklich der Hannoveraner am besten gefallen. Mir ja auch. Ich finde den Hannoveraner und den Andalusier, die finde ich super gut. Tinker und Holsteiner gefallen mir ja persönlich nicht ganz so gut. Und tatsächlich waren das wohl auch die Rassen mit der größten Kritik. Deswegen werden die auch nochmal überarbeitet. Wird aber wohl noch ein kleines bisschen dauern. Ich denke mal, ja, so über die Sommerferien auf jeden Fall müssen wir uns noch gedulden. Und bin ich dann aber auch mal gespannt, wie sich die beiden Rassen dann verändern werden. Wie gesagt, was so an turniermäßigen Sachen geplant ist, darüber wollte ich dann gerne in der nächsten Folge mal reden. Das heißt, die wird ja wahrscheinlich schon morgen kommen. Und ich wollte jetzt mal noch kurz gucken, was für Pferde im Handel sind. Denn jetzt haben wir wieder relativ viel Geld. Ich hätte ja gerne ein Schimmelstütchen, was auf Springen nicht so schlecht ist. Aber hier 70 und 65 ist nicht so gut. Oh, die ist ja auch hübsch. Wow, die ist mega hübsch. Ganz, ganz schön. Aber finde ich jetzt persönlich, ja, ist halt beim Springen auch nicht wirklich gut. Ich sollte vielleicht mal auf Hannoveraner filtern. Er ist ein Hengst. Ich finde dieses glänzende Fuchsbraun. Es gibt ja zwei Brauntöne, zwei Fuchsbrauntöne momentan. Der eine ist so ein bisschen dunkler. Und dann gibt es den hier, der strahlt so richtig. Ich finde den so wunderschön. Ich finde den ganz, ganz toll. Mal gucken. Hengst, Stute. Stute. Nee, hier haben wir momentan nur eine Seite. Blue Eye ist ein Hengst. Boah, 15.000. Das sind auch schon ein paar. Die, die Pferde hier im direkten Verkauf reinstellen. Ja, ich werde einfach mal noch ein bisschen hier weiter Geld farben. Und ich denke, da werden wir uns, wie gesagt, wahrscheinlich schon morgen wieder sehen. Und dann werde ich euch mal noch so ein bisschen was erzählen, was turniertechnisch geplant ist. Denn da habe ich auch schon die ein oder andere Information für euch. Wenn mir noch was einfällt oder euch was einfällt, ich werde einfach weiterhin Löchern und Fragen stellen. Und alles, was ich hier irgendwie an Informationen bekommen kann, die schon vor eure Ohren bestimmt sind, werde ich die natürlich auch an euch weitergeben. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und, ähm, hat er jetzt schon wieder eigentlich einen Punkt? Nee, noch nicht. Ach ja, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann sich ein Energiepunkt auffüllt. Das hatte ich auch schon gefragt. Ist mir auch schon beantwortet worden. Aber ich habe vergessen, mir das rauszuschreiben. Ich Kopfkapfen. Gut, dann gehe ich darauf auch noch morgen ein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin mit Nobel Horse Champion. Tschüss. 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 Tschüss.